So, wir kommen zum Final. Mit der Nummer 14, Volgo Lennart. Mit der Nummer 16, Rutska Ennis. Mit der Nummer 19, Vitorovic Justin. Für den 1. FSV, Mainz 05. Mit der Nummer 1, Taxis Cedric. Mit der Nummer 2, Faden Lamoritz. Mit der Nummer 3, Rolf-Erik. Mit der Nummer 4, Raban Tyler. Mit der Nummer 5, Fricolosi Fabio. Mit der Nummer 6, Stille. Mit der Nummer 7, Fabrice Stefano. Mit der Nummer 8, Bierschu Lluis. Mit der Nummer 9, Weiper Nelson. Und mit der 10, Colimba Marcel. Wir freuen uns auf ein spannendes Finale des diesjährigen U14-Hallencups beim FC Rheinzüchten. Auf geht's Mainz 05! Latour. Äh, äh, ich auch. Ja, ja, ich guck wieder runter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf geht's, Jungs! Auf geht's, mein Tau! Auf geht's! Mein Tau! Mein Tau! Mein Tau! Mein Tau! Ja! Mein Tau! Komm, komm, jetzt! Ja, mein Tau! Das war's! Auf geht's, mein Paar! Ruhe, Ruhe! Auf geht's, mein Paar! Auf weiter! Jetzt, jetzt! Auf geht's, mein Paar! 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 Mit der Hitze! Auf geht's, Mainzer! Jetzt sind wir hier. Jetzt, jetzt! Sehr gut! Sehr gut! Applaus Applaus Schmerz! 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 Das ist ein komischer Ball. Oda, da. Auf gehts, Jungs! Auf geht's Meister, wir spielen! Komm! tres, vier! Zura! 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 Auf geht's, Jungs! Ja! Ja! Das ist das Tor von 9-0-5. Die Spannung war in 2 Minuten. Auf geht's, Mann! Anh mir? Aber lasst wir auf geht's, Mais bayi! Jetzt fists, Aber die Spannung ist ein Q&A! Eins lange, lass sind meine Spannung! Nein! Na, Ja! Bravo Nelly, bravo Nelly, bravo Nelly, bravo, bravo. Ja, das darf nicht wahr sein. Spiel doch den Ball. Auf geht's weiter! Auf geht's weiter, raus! Auf geht's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der Hitler, der ist in der Serie einfach gewinnt. Ich darf die Mannschaft von Schützen auswählen. Auf jetzt mein Tor! Wir bleiben da. Das ist das. Wir sind in der Serie. Wir sind in der Serie einfach nur im Tag. Wir sind in der Serie. Vielen Dank. Applaus Maximilio 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 Oh, gut! Achter! Ja! Das ist ein Spannendes, die nahe Vorstand war die Bundesliga heute sicherlich. Die Bundesliga. We are the champions! We are the champions!